Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Flau zu Wow Bildbearbeitungstutorial in Luminar AI. Heute möchte ich dir mal eine Bildbearbeitung des Blue Dancers von Kassel vorstellen. Der Blue Dancer ist ein Überbleibsel einer der vergangenen Documentas und die Documenta, wer sie nicht kennt, findet alle fünf Jahre in Kassel statt und ist die weltweit größte Kunstausstellung der Welt. Dieses Kunstwerk besteht aus einer Lichtleiste. Hier oben, die leuchtet blau und hier unten, ich kann das mal vergrößern, das sollte eigentlich kein Thema sein, hier unten hängt ein Eimer dran. Das Ganze ist einmal hier über die Fulle mit einem Stahlseil gespannt und dieser Blue Dancer leuchtet jeden Abend in der Farbe blau. Das Bild selber ist schon vor ein paar Jahren aufgenommen worden. Es zeigt die Unterneustadt im Vordergrund der Blue Dancer. Die Fulda, die hier lang fließt, zwei Brücken und es ist eine Nachtaufnahme, die jetzt gar nicht so spektakulär aussieht. Aber wir haben einige Farbgebungen hier drin. Zum einen natürlich das Blau. Dann haben wir hier so einen Lila und wir haben natürlich von den Straßenlaternen hier dieses wunderschöne Orange. Und ich möchte dir jetzt mit dieser Bildbearbeitung zeigen, wie man aus so einem Bild noch eine richtig, richtig tolle Nachtstimmung erzeugen kann mit wundervollen, tollen Farben. Ich hoffe, das Video ist wieder informativ für dich und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Das erste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte meine Standardeinstellungen durchführen. Dafür muss ich einmal in die Rubrik Professional wechseln und mit dem Filter Optik öffnen. Hier möchte ich den Haken bei automatische Verzehrungskorrektur setzen und ihr werdet sehen, jetzt wird das Ganze entzerrt. Das zweite, was ich machen möchte, ich möchte auch die chromatischen Apparationen entfernen lassen. Dann kann ich den Filter zumachen und werde wieder in die Rubrik Wesentliche wechseln und jetzt hier im Bildaufbau das Bild schon mal anpassen, so wie ich das dann am Ende haben möchte. Das erste, ich möchte die Perspektive anpassen und zwar möchte ich das Ganze einmal horizontal ausrichten und einmal vertikal. Das zweite, was ich in dem Filter machen möchte, ich möchte das Bild gleich ins 16 zu 9 Format packen und das kann ich über den Reiter Verhältnis machen und hier unten wähle ich mir dann 16 zu 9 aus. Jetzt sehe ich eins, dass die Brücke hier oben, nein hier unten natürlich, nicht ganz auf der Kante vom Bild liegt. Das kann ich ändern, indem ich das Ganze hier einfach ein Stückchen nach oben ziehe. So könnten wir das Ganze mal stehen lassen und ich möchte das Ganze auch so anpassen, dass diese Lichtleiste hier nicht mehr zu sehen ist. Das kann zwar hier noch so ein bisschen reinscheinen, ich möchte die Lichtleiste aber nicht mehr drin haben, weil sie eben nicht vollständig hier abgebildet ist. Jetzt haben wir das Ganze hier mit den Schnittpunkten ganz gut ausgerichtet. Wir haben hier den Schnittpunkt auf der Brücke und hier auf den Spiegelungen von der Fulda von den Straßenlaternen. Die beiden oberen Schnittpunkte sind hier in dem Fall einfach mal zu vernachlässigen. Wir haben das Ganze auch schön über die Drittelregel angepasst. Wir haben hier ein Drittel Himmel, Nachthimmel und zwei Drittel hier unten vom Vordergrund, von der Stadt, vom Blue Dancer und können das Ganze dann eben hier einmal entweder über Enter oder wir schließen den Filter bestätigen. Der nächste Schritt, ich möchte die Grundentwicklung des Bildes durchführen. Dafür rufe ich mir den Filter Belichtung auf und das erste, ich möchte erstmal einen Weißabgleich hier durchführen. Ich will jetzt nicht hier irgendwo ins Bild klicken, sondern ich nehme einen der Weißabgleiche, die ich zur Verfügung habe, wenn ich im RAW-Format fotografiert habe. Die habe ich nur zur Verfügung, wenn ich mein Bild im RAW-Format fotografiert habe. Im JPEG haben wir das hier nicht zur Verfügung. Dann müssen wir das Ganze über die Temperatur und Färbung anpassen. Ich habe mir den Weißabgleich Kunstlicht ausgesucht. Ich zeige dir auch gleich warum. Tageslicht gefällt mir nicht. Das ist mir viel zu warm und bewirkt oder Schatten passt hier auch nicht. Glühlampe sieht wieder aus, als hätte ich das Bild wie die Aufnahme hier entstehen lassen. Und Blitz ist auch wieder zu hell bzw. zu warm. Kunstlicht finde ich hier wirklich passend. Wenn wir uns das Ganze mal anzeigen lassen, vorher, nachher. Das ist schon ein deutlicher Unterschied und jetzt bekommen auch hier vorne diese Lichtsäulen so einen leichten warmen Ton. Möchte ich haben, weil ich habe ja gesagt, ich möchte hier eine schöne Nachtstimmung mit schönen Farben kreieren. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte die Lichter erstmal herabsetzen. Das ist alles ein bisschen überstrahlt und hier werde ich die Lichter deutlich runtersetzen. Und jetzt sieht man auch schon, dass dieser Schein von den Lichtsäulen runter geht und nicht mehr ganz so extrem anfängt zu leuchten. Das kann auch sehr deutlich sein. Wir können hier so einen Wert minus 85 einstellen. Das nächste, ich werde jetzt auch nochmal die Belichtung etwas anpassen. Auch hier gehe ich ins Negative. Hier können wir so eine halbe bis dreiviertel Blendenstufe runter gehen. Je nachdem, wie uns das Ganze vom persönlichen Geschmack her gefällt. Das wäre eine halbe Blendenstufe und das wäre eine dreiviertel Blendenstufe. Ich muss aber sagen, mir gefällt eine halbe Blendenstufe hier deutlich besser. Als nächstes möchte ich noch ein bisschen Kontrast ins Bild bringen. Hier reicht ein sehr moderater Wert. Sowas um die 10 ist vollkommen ausreichend. Dann springen wir mal hier unten in den Bereich Schwarz-Weiß-Töne und gucken mal, was die Weiß-Töne so mit sich bringen. Ob wir hier was dran verändern wollen oder ob wir das in die rechte Seite ziehen. Dann kommt dieses überstrahlte wieder hervor. Oder wir nehmen das Ganze noch ein bisschen raus. Zwar deutlich raus. Jetzt sieht man diese Säulen hier noch einen Ticken besser. Das können wir tatsächlich so bei minus 70 stehen lassen. Und den Schwarzwert, den werden wir auch noch ganz leicht herabsetzen. Das wollen wir auch nicht übertreiben. Hier ist wirklich ein ganz moderater Wert von minus 6 ausreichend. Jetzt machen wir noch eine kleine Kontrastkurve mit dazu. Holen uns also nochmal zusätzlich Kontrast über die Kurve hier rein. Und jetzt haben wir das Bild schon mal grundentwickelt. Wenn wir uns jetzt das Vorher und Nachher angucken, das sind doch schon fast zwei verschiedene Welten. Dann kommen wir schon zum nächsten Filter. Und dieser Filter ist Structure AI. Ich möchte dem Ganzen auch noch ein bisschen Struktur mitgeben. Allerdings, ich möchte es natürlich auch nicht übertreiben. Weil das sieht nicht mehr ganz so schön aus. Wenn wir aber hier so einen moderaten Wert einstellen. Irgendwas um die 20. Reicht das vollkommen aus. Um hier noch ein bisschen Struktur reinzubringen. Verstärken brauchen wir das Ganze nicht. Es reicht hier so ein Wert um die 20. Auch hier, wenn wir das mal ausmachen, sieht man das sehr gut, dass wir hier Struktur mit ins Bild bringen. Der nächste Filter ist der Filter Farbe. Und jetzt möchte ich natürlich hier die Farben herausarbeiten. Und das möchte ich nicht über die Sättigung oder die Dynamik machen. Sondern ich werde jetzt hier die einzelnen Farbtöne direkt anpassen. Und starten möchte ich mit Orange. Rot brauche ich nicht. Da werde ich nichts dran machen. Orange hier, klar, das ist die Straßenlaterne und die Spiegelung hier, die wir hier anpassen. Das können wir hier auf einen Wert von 20 stellen. Bei dem Gelbregler, den lassen wir außen vor. Der bleibt wie der rote auf 0 gestellt. Grün möchte ich jetzt komplett rausnehmen. Denn mich stört hier unten dieser grüne Fleck. Und auch hier diese Laternenreihe, die so ein bisschen grünlich leuchtet und hier unten auf den Autos auch diese grüne Reflektion mit sich bringt. Die stört das Gesamtbild. Deshalb grün runtergezogen. Und jetzt haben wir hier ein weißes Licht. Und auch hier nur noch weiße Reflektionen. Zyran brauchen wir hier auch nicht. Blau möchte ich hier deutlich hochfahren. Dadurch bekommt jetzt hier der Blue Dancer auch nochmal einen zusätzlichen Blau, ja mit Blau Intensität. Und naja, das Ding heißt Blue Dancer. Also sollte er halt auch wirklich in einem wunderschönen Blau leuchten. Der Wert 44 hat mir jetzt hier persönlich am besten gefallen. Das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Lila und Magenta werde ich ebenfalls etwas anpassen. Hier können wir mal schauen, wenn ich Lila deutlich hochziehe. Das sieht man hier in den Hauswänden, dass da was passiert. Naja, 100 brauchen wir nicht. Aber wir können das tatsächlich so zwischen 70 und 80 stehen lassen. Und auch den Wert Magenta werde ich ebenfalls auf diesen Wert hochziehen. Was wir jetzt noch machen können. Wir können auch nochmal hier in die Luminanz wechseln und können hier Lila und Magenta nochmal ein bisschen aufhellen. Schauen wir mal inwieweit das Ganze sich dann hier anpasst. Man sieht das schon, dass das Lila hier aufgehellt wird. Und wenn wir das beides etwa auf denselben Wert stellen, dann sieht das doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Farbtonverschiebung brauche ich in dem Fall nicht. Und jetzt können wir mal den Filter ausmachen. Und jetzt sind wir doch hier deutlich farbintensiver und haben trotzdem eine wundervolle Nachtstimmung. Und das gefällt mir schon so ganz gut. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ich möchte jetzt das Bild noch nachschärfen. Dafür muss ich einmal hier nach Schwarz-Weiß konvertieren. Ich werde jetzt hier einfach mal reinklicken und er soll mir jetzt eigentlich mal das Bild auf 100% skalieren. Gut, machen wir es hier rüber. Gehen wir hier rüber und warten, bis er das Bild aufgebaut hat. Jetzt ist es soweit. Und jetzt können wir hier erstmal die Details ein bisschen anpassen. Hier reicht ein kleiner Wert, die mittleren Details, wenn wir noch weniger hochziehen und die großen Details können wir so in etwa stehen lassen. Vorher, nachher, man sieht schon deutlich, dass wir jetzt hier nachgeschärft haben. Und jetzt ziehen wir die Schärfe auch noch hier auf den Wert zwischen 40 und 50. Und wenn wir jetzt den Filter mal ausmachen, dann sehen wir hier eine deutliche Schärfezunahme. Jetzt wechseln wir wieder zurück, nehmen das Schwarz-Weiß raus, gehen nochmal in die Details, schauen uns das Ganze auch nochmal in Farbe an. Und man sieht jetzt hier eine deutliche Zunahme der Schärfe. Dann passen wir das Bild wieder an den Bildschirm an und jetzt möchte ich noch so ein bisschen den Schwarzton hier oben etwas dunkler gestalten. Das Ganze wirkt noch so ein bisschen diesig. Das können wir machen, indem wir hier auf den Filter Landschaft wechseln. Und wir nehmen einfach mal den Regler Dunst entfernen und ziehen den hier auf einen Wert, ich würde sagen, um die 40, vielleicht noch ein Ticken drunter. Und lassen wir das Ganze so mal stehen. Auch hier immer mal wieder der Vergleich vorher, nachher. Und ich muss sagen, das können wir hier bei dem Wert 36 stehen lassen. Passt eigentlich ganz gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann hätten wir jetzt noch die Möglichkeit, in die Kreativfilter zu wechseln und können hier nochmal am Filter Tönung gucken, ob wir da noch was verändern. Beim Filter Tönung haben wir die Möglichkeit, Schatten und Lichter nochmal so ein bisschen in eine gewisse Farbintensität einzutauchen. Bei den Schatten würde ich hier sagen, nehmen wir das Blau. Da müssen wir als erstes die Sättigung anpassen, damit dann hier unten der Farbton auch ausgegraut wird, beziehungsweise dann weiß erscheint, dass wir ihn anpassen können. Ich setze die Sättigung mal auf 50 Prozent und dann gucken wir mal beim Farbton Blau. Und der Farbton Blau ist bei mir immer so ein Wert 244, der mir sehr gut gefällt. Machen den Filter einfach mal aus. Und ich muss sagen, das ist vielleicht ein Ticken zu viel. Nehmen wir einfach mal 40, nein sagen wir 35. Und das gefällt mir deutlich besser. Jetzt gehen wir zu den Lichtern und hier möchte ich das Ganze noch so ein bisschen Richtung Orange bringen. Also die Straßenlaternen oder die Farben der Straßenlaternen nochmal etwas verdeutlichen. Auch hier fange ich mit 50 Prozent an und der Farbton selber liegt bei 40 in etwa. Und hier können wir halt auch mal schauen, wenn ich den Filter jetzt ausmache. Achten wir einfach mal nur auf die warmen Töne hier. Das gefällt mir so doch ganz gut. Und wenn wir jetzt noch wollen, dann können wir hier noch den Abgleich machen. Also wir können jetzt hier sagen, mehr von den dunklen Bereichen oder mehr von den Schattenbereichen sollen zu den Lichtern zählen. Dann passt er das mehr an. Dann geht er da mehr in Richtung warme Farben. Das können wir uns mal anschauen, ob wir da vielleicht was machen wollen. Ich muss sagen, ins Bläuliche möchte ich es nicht weiterziehen, aber so ein bisschen mehr hier in Richtung Lichter. Also dass die Schatten so ein bisschen mit ins Warme eingefärbt werden. Das können wir tatsächlich mal so lassen. Jetzt gucken wir uns den Filter nochmal an. Wenn er ausgeschaltet ist, vorher, nachher. Und auch das bringt jetzt hier diese Lichtstimmung mit diesen vielen schönen, warmen und kalten Farben hier im Kontrast sehr gut zum Vorschein. Ja und das war auch schon mal eine komplette Bildbearbeitung für dieses Bild. Wir haben tatsächlich fast ausschließlich Filter aus der Rubrik der Wesentlichen genutzt. Klar, wir waren in den Professionals, haben da die Optik angepasst und jetzt hier den Kreativfilter Tönung noch hinzugefügt. Aber der Hauptteil hat sich tatsächlich hier in der Rubrik Wesentliche abgespielt. Wir können uns das Bild jetzt nochmal in der Vorher-Nachher-Ansicht anschauen. Das ist das Ausgangsbild. Und wir haben hier ein sehr, sehr grelles Weiß, was uns hier über die Brücke entgegenstrahlt. Auch der Blue Dancer leuchtet zwar blau, aber bei weitem nicht in so einem schönen Blau, wie das, was wir daraus gemacht haben. Das sieht deutlich schicker aus. Auch hier haben wir zwar so einen leichten weißen Strich in der Mitte, aber der Schein drumherum wirkt schön blau. Auch die Straßenlaternen mit den sternförmigen Leuchten hier geben dem ganzen Bild noch ein bisschen Ausdruck und die Spiegelungen. Und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr gelungenes Bild. Auch die Halb- und Halbansicht hier zeigt nochmal den Unterschied vorher, nachher. Und ja, das wirkt wirklich wie zwei verschiedene Bilder. Und ich muss sagen, dass das Bild wirklich sehr gelungen ausschaut. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren wieder einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Informationen für dich mit dabei. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust? Dann würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du eine Information von YouTube darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Lumina AI solche Bilder kreieren? Dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber von Skylim eine kleine Provision, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier ein klein wenig unterstützen. Ich sage Dankeschön, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst doch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsch dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!